ist eigentlich ja das gefällt mir müssen wir sowieso noch ein bisschen erstmal raus raus haben jetzt bleiben wir ein stürmer begegnen sind wir voll am verzweifeln wir müssen irgendwie noch so raus haben ich wollte eigentlich ein bisschen so gegen die käfer kämpfen damit wir uns hat so ein bisschen an trainieren können sage ich mal aber jetzt hier panzer erledigen müssen gefühl ich habe irgendetwas vergessen der mein karton brauche ich nicht nicht gegen die roboter ich überlege mir sowieso glaube ich den anderen karton den du auch hast ich glaube jetzt besser ich merke wir müssen nur fabriken erledigen ich suche die ganze zeit der ziel auf der karte aber ich finde da nichts wir müssen auch nur fabriken kaputt hauen ich habe mein ich glaube ich habe die falsche waffe ja tatsächlich das ist gold was soll das die richtigen dinger mitgenommen ich gehe ich gehe da frei macht den hier ich ich glaube ich gehe auf der linke da haben wir sie eigentlich nur fabriken erledigen ich kann mal versuchen auch meine kanaten ja mal den neuen jahr da reinpassen wo ich kann erstmal mein naja kipp an das ding dran jetzt bringt das wird er gibt da ein hat wo man das fenster da fest warte mal hat es hat explodiert da musst du die übernehmen ich hatte den rücken war also ein dreck ja 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 und ist noch eine fabrik ich mach mal ich komme gleich eine sekunde da ganz hinten schießt und schießen was gemacht gemacht bist du noch ja ich meine waschen fallen gelassen da irgendwo da ein paar vorräte ganz hinten schießen unsere vorräte wie könnte jetzt warten das bedeutet krieg ich gehe mal da unten hin wo ich die fabrik haben proben und so vorrat ich mache die kleinen hier kaputt ja ich wollte ja nur die fabrik ich glaube da war ein bisschen zu nah stecken proben keine proben sind welche ich kann so versuche eine granate in die rechte rein zu werfen und wieder vorne ist oder ein adler einpacken glaube ich da sind zwei kommen und das geschützt aber nein ich habe mein geschick ich habe meinen nach freien gelassen vom geschützt hoffentlich trifft er hat ich habe gar nicht gesehen hat dann geschützt war ich wollte eine adler zwischen die beiden fabriken da werfen so geschützt habe ich nicht getroffen ich habe mein granatwerfer hat mich geschützt hat mich nicht getötet irgendwann anders hat mich getötet ich mache das schon von hinten ich wollte mein adler hier rein werfen ich werde jetzt mein adler rein ich werde ich so weit werfen kann wo ich meine adler gelandet was hat er die alles ich habe mein adler irgendwo ins nichts gebrochen anscheinend weil hier sind so viele tika die fliegen geht bloß weg es wird klar wird das ein mörder ist und er ist nicht mehr über sich nein nicht am stehen bleibt jetzt alle gut sterb 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 ich brauche mein granatwerfer leute ich glaube wir sind wir fertig mit haben wir gelockt sein schuld gewerwart ich glaube ich habe auch richtig getroffen mit meinen granatwerfer hat ich weiß nicht was für den winkel da werfen musste er was hat für den countdown missionszeit ja wir haben schon alles erledigt gut ja ich war gerade aber ich habe schon in der hand kann ich dann noch werfen ich habe schon in der hand gehabt probe 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 dann gehe ich auch schon wieder probe 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 gott wieso wenn man doch jetzt ja und wir haben noch trotzige ich wollte noch trotzdem geproben ja nur überleben ich habe nur drei spitzen noch ja na verfolgt uns doch gar nichts okay und da waren sie weg sein komm ich kann ich von hier aus mit meinem schruttgewehr treffen mein gott bewegte sich nicht 20 sekunden schafft er nicht mehr leute da wir sind schon längst weg leute wo mein gott kommt dafür ich habe sogar jemand ich habe noch einen schießen okay das ist ein einziger typ ok da war relativ problemlos auch ohne das hat überhaupt benutzt gleich sollte ja besser weiß man ja nicht ein stern der unseren damen trägt aber kein panzer ich glaube die hänge bauen nur in diesen großen fabriken immer nur herum immer noch er hat meine verbeugung zum ersten mal gesehen ich war noch vier punkte ich glaube ich war nah dran mir irgendwas hier zu holen schiffsmodell oder so ich weiß nicht was ich mir noch mal holen wollte natürlich nicht mehr ja ich glaube die fringert die zeit zum auffüllen des adlers glaube ich 80 80 ich brauche mehr normale wo mehr normaler proben das spiel gestartet habe ich irgendwie dieses gebiet hier aufgekloppt niemanden da ist der general der tägliche einsatz oder so evakuieren zivilisten suchen und zerstören aber kein panzer wir müssen diesen planeten um jeden preis verteidigen das ist ein verzeichen sabotieren die flugmöglichkeiten darüber teilen der region hat haben auch noch nicht glaube ich vielleicht gibt es ja da ein paar panzer das ist nur noch erstmal finden die kaputzer und finde ich jetzt nicht so eine herausforderung wenn ich ganz ehrlich bin die kette von den zerstören können die nicht mehr fahren da können wir auf den rückweg machen gehen war so 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 nehme ich an ich möchte ich möchte ungern da direkt rein ich gehe ich gehe mal ein bisschen weiter die frage ist jetzt müssen wir da irgendwie was kaputt machen so fabriken wieder zur flug aus kostengründen müssen hellbauen manuell geschaffen gemacht werden wo sollen wir denn um diese uhrzeit noch einen spanier finden wo sollen wir denn jetzt noch ein manuell finden ich bin extra weit entfernt weiß nicht wo du geladen bist aber ich bin extra weit entfernt ich bin extra weit entfernt weiß nicht wo ich immer denke wir sind ich glaube da hinten ist jetzt noch mehr das ist noch ein dreck neben mir gelandet der sack weil da kommt statt nächste heute wir sind gerade erst gespawnt ich bin leicht tot da kommt schon wieder landes ich glaube wir sollten dahin gehen wo auch immer wenn wir dahin müssen ich glaube die kommen jetzt immer unendlich oder so die kommen wir mal wieder wie kommen die ganze zeit die dinge ich meine orbital außerhand nehmen wir formiert auch ab die granate direkt von meinen schiefen gelandet granate da rein was du hast oh gott noch war ein raketwerfer aber gar doch büße lass es sein das ding ist auch kaputt gegangen dadurch ich habe irgendwie aber irgendwie ist unsere mission immer noch nicht zu ende schließt dann ja was ich sehe gar nicht also ja landungsschiffe wenn ich wüsste mich da hinten abschießen dann würde ich halt abschießen man schießt mich da ab da ganz hinten da krieg ich nicht ich habe doch kommt was ich gerade um die ich glaube ich weit weg oder ich glaube ich gehe ich ein bisschen bing schütze wo ich nach jetzt weg geflogen ich versuche das schon auf zu manövrieren ja diese sauren auge ist das oder ok ich dachte das licht ist da die ganze zeit ich versuche mich mal an die fabrik mit dem granatwerfer das ist jetzt unsere basis dreh durch gefächsium ja ich bin ich bin gerade drin ich versuche mich zu erreichen aber ich bekomme ich nicht ich werde mal an adler rein in der hoffnung diesen diesem turm da auch treffe ich muss darüber ich weiß nicht ob ich eher das ding kaputt hat ich weiß nicht was das ding ist aber es geht sich zu uns um im adler eingeballert gegen dreht sich zu uns um detektor tour die fabrik dann eben auch nicht nur dass auch eine fabrik stimmt okay glaube ich habe ich betont noch voller pfas ich war doch fast voller p ok ich habe gerade kein adler für den halk heute war unten irgendwo das ist nicht gut muss dann von hinten auf den werfen damit hat an den kleben bleiben ich habe ihn auf seine schätze rüber geschmissen ich habe ihn auf seine schätze rüber geschmissen schau mal an ich glaube ich habe das weg ich suche block hat meine meine probe mehr die ich irgendwo fangen lassen und da sind sie irgendwo also bestimmt nicht richtig getroffen sagt gar nicht ja ja wir gehen halt und so ich wollte einfach nur von von denen ich stehe die manchmal machen die voll viel schaden und der ihr stücke nein ich bin gar nicht gespawnt ich habe auch nichts gemacht hat da irgendeiner wurde aufgeschossen da ganz hinten satelliten er macht den so kaputt mal sehen ob du so weit schießen kannst ich sehe dann schon das flugzeug da war kaputt machen müssen ich habe gar nicht gesehen ich nehme an hier sind zwei also zwei ich war nicht auf die beide kaputt machen müssen und ich natürlich ein drei stück sehe ich gerade nicht natürlich noch ein orbital leser reinpacken 1 2 3 4 5 6 ok und weg jetzt nach dem anderen war natürlich wieder klappt die fabrik habe ich ja nicht so schau ich davon auszutreffen langsam geht da mit dem ziel ich habe noch ein orbital soll ich da damit das ding kaputt machen oder ging mal also haben wir auch endlich ok ok ich wollte gerade ja ich sehe ich glaube ich habe dazu nach dem geworfen scheiße auch hier sind sehr viele gegner aufgeschossen ich habe geschützt wird sich nicht um wenn ich ob die baller geschützt hat kann direkt auf die schießen ich versuche mal ein welcher treffe nein das ist einer blöden fabrik abgeprallt die fabrik muss ich kriegen aber nicht das ding der zweite versuch jetzt mit einem orbital schlag ich glaube ich glaube es auch soweit obwohl ja die nächste so nachzutreffen muss ich mich von hinten anschleichen mit mann ganze er nimmt ein paar vorräte sie was keine schützen aber ich habe eine also weinheit hinter dir ist so kaputt nein nein so haben wir hier alles in dem gebiet da wollte ich nicht ich versuche mit granaten und da kommt die verstärkung ah man ich habe den halk ich habe den gesehen ok immer mein halb schon mal zu diesem ja ganz gläschen dahingehen die mission da von der seite ja bei unserer evakuierung zone wir sollten am besten mal von unserer evakuierung zu evakuieren elektronische abwehrmaßnahmen laufen wir mal so ein bisschen darum erstmal reagenz gläschen wir machen er plant hier meinen erst folgt schon meine hand zu nehmen und dann da rein zu ja deswegen würde ich ja darum laufen verwarte ist eine fabrik ich habe ein granatwerfer das war der zaun mein gott der winkel manchmal ich bin jetzt meine granaten irgendwie gar nicht mehr tun solange man braucht zum explodieren ich glaube ich war erst mal die fabriken und ein soweit da drin kaputt ich habe noch vier aber bis ich bin ich damit treffe immer so ein glücksspiel das ist immer das probleme da ist eine offene seite das geschützt ich hatte ich hatte ich hatte mich angefangen ok kann man da machen macht was ich mich hinterher geschützt mich nicht mit dem ding ich mache euch von was keine gegner einer warum kriege ich dir nicht kaputt meine güte naja so nach hier aber ich kriege mich mit dem geschützt kaputt ja das war so ein dickes geschützt wie wir alle hier hat auch gerade auf mich zu werden ich verbiere mich ich weiß nicht wo du gerade willst ich muss irgendwann das sehen ausweichen ja da ist auch naja schade ich habe da war so ein exoskelett wo man sich reinsetzen kann also ich weiß nicht wo du bist gerade aber ich bin versuch dir hinterher zu kommen aber ich hab der alter verfolgt mich gerade ja da auf kanaden die ganze zeit zu werfen mann ja wisse der wissige alle gebäude zerstören aber wir haben hier wieder eine hölle bombe aber meine drohne hat auf mich geschossen ich weiß nicht wo ihren halk ist ich weiß nicht ob der mehr so weit gefolgt er sich hoffentlich die bombe schaffe ich ich brauche noch ich brauche ich vorrät hier es erscheint mir ergänzen und soja nein vor jetzt sind die alle am boden wir alle drückig das war eine rakete warum ich habe eine rakete ich habe mich treffen mit diesen beschissenen granaten leute aus dem weg ich habe dort feuerwerk von meinen granaten wo ist mein ganzer verfahren das war mit 9 mache ich ja eigentlich die fabrik gewerfen sollen also die fabrik erwischt ne malen granaten neben leben doch auch gott da viele leute so meine proben vielleicht eingesammelt warum sind die dinger kaputt gegangen das war daran geworfen ich habe das in die gegermenge da reingeworfen sagen wir bitten die dinger kaputt gegangen da wurde meine proben da unten ich muss mal kurz zurück noch nicht wie viel ich hatte ich habe das leider nicht herrlich gekächt jetzt hat er irgendwo geschützt oder so da oben weil ich meine es gab da hinten am gänzen da geht es ja fertig da hat er mein boden da liegt noch irgendwas nein okay aber ich glaube wir können das sagen wir machen ja ja ist auch gar nichts mehr irgendwie ist ja auch nichts mehr war ganz recht ist noch irgendwas kleines nein nein okay ja ja ich habe die ganze zeit nicht von rechts kommen ganz viele her warum nicht so gut aber chillt mal leute da kommt schon wieder neue keiner wo der halk abgeblieben ist aber gut ja weiß ich nicht der der hat wahrscheinlich aufgegeben der ist mir hinterher gerannt ein stück aber wenn ihr seinen namen aufgenutzt hat kommt der vielleicht wieder ja das ist da ganz hinten noch eine kleine fabrik oder so ich sehe nichts auf meiner karte ich sehe nichts rotes jedenfalls ich weiß nicht was du da siehst ganz ehrlich mal ganz hinten da ist nichts auf meiner karte ich habe die karte ich habe die karte offen weil sie die roten entblinkenden punkte dann sind gegner okay ich habe das messen das kann da als ich also bei mir werden keine rote punkte angezeigt oder nicht wo ich war ich war so ich war so da hat die wand kaputt gemacht da mein gott du sagt ich habe da noch stehen kommt man da stehen ich habe die fallen gelassen außersehen hat sie mich kaputt gehauen hat ich weiß nicht ob der tot ist ich bin einfach nicht gefolgt ich bin sehr blöde spawnpunkt ihr säcke nein wozu meine proben säcke mein gedacht bei anderen seiten natürlich nein meine proben ja oh my god da sind spritzen ok aber da sind meine proben ja ja dann mache ich auch ja oh god ich habe auch noch ein trocken von den seltene eingesetzt sie sagen da auch noch wie gerade einfach die wagne kaputt gaoni der hat sein flammenherrsäge eingesetzt ja ich wollte gegen ihn sein kopf werfen aber genau bevor ich geworfen habe hat er mich nur erledigt dieser sack ja ich nehme an der wagen oder mir war so eine rote fläche ich habe doch noch keinen ich habe eine rüstung die mir mehr spritzen gibt und so ja dann weiß ich nicht die karte aufgabe da war kein roter bereich bei mir schön verbeugung eine medaille brauche ich noch für meinen für die neue waffe ich glaube ich muss sie nämlich dass so eine exklusiv primärwaffe die pistole muss ja noch hier arbeiten leider von der granate nehme ich diese eine granate bringt es leider nicht so wie dauert viel zu lange bis die exklusiviert